Moin Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren neuen Video. Ich habe mir gedacht, nachdem das mit dem Eurotrack Simulator bzw. mit dem Job als LKW-Fahrer ja nicht so gut funktioniert hat... Scheiße, scheiße, scheiße! Ich glaube, dazu muss ich nichts weiter sagen. Habe ich mir heute gedacht, fangen wir da einfach mal als Bundeskanzler von Deutschland an. Wir sind definitiv nicht die grüne Gemeinschaft. Also, ich würde sagen, ich habe einen ganz coolen Namen. Wir sind die, das passt zum Kanalnamen, die... Was ist das? Die Simulanten. Alla! Ja, wir haben eine wundervolle Parteienfarbe, die ist blau. Wir klären jetzt einfach mal auf Spielen. Ich bin gespannt, ob das besser funktioniert als LKW-Fahrer. Willkommen in ihrer neuen Rolle als Kanzler. Das Leben aller 83 Millionen Bürgerinnen und Bürger liegt jetzt in ihren Händen. Wie Sie sich ja vorstellen können, warten verschiedene Situationen und Besorgnisse auf sie. Dann haben wir dann Bruttoinlandsprodukt, die Gesundheit, die Bildung, die Armut, die Kriminalität. Die ist verdammt nochmal hoch, okay? Und die Arbeitslosigkeit. Also, Bildung ist auf... Wie kann Bildung so hoch sein? Also, jetzt mal real talk. Die Schulen sind in Deutschland doch der einzige Ranzladen, Alter. Bei der kürzlichen Wahl gewann ihre Partei mit einer Mehrheit von 10%. Damit verfügen sie über ausreichend politische Kraft, um ihren politischen Inhalt einzuführen. Amtszeit antreten. Dann schauen wir doch mal. Alter, man wird ja erstmal... Ja gut, also, hier sind ein paar Symbole. Wir haben ein Defizit... Also, wir haben erstmal Schulden. Okay, die... Das Land ist ja in dem übelsten Dreckszustand. Okay, das müssen wir offensichtlich erhöhen. Okay. Leute, ihr dürft jetzt erst ab 18 saufen gehen. Ich mache euch fertig. Und jetzt kann ich hier auch weiter drücken. Und dann ist zum Beispiel ein Quartal vorbei. Und jetzt können wir dann quasi folgen. Dann haben wir wieder ein Quartal. Wir kriegen jedes Mal von den Ministern quasi irgendwelche Punkte, mit denen wir dann Gesetze verabschieden können. Jetzt wisst ihr also Bescheid. Jetzt können wir so richtig losfliegen. Jetzt kommt erstmal hier... Verbot von Werbung für alkoholische Getränke. Ja, genehmigen. Der Alkoholkonsum muss runtergehen. Die Arbeitslosigkeit geht auch runter. Das finde ich auch gut. Die Unternehmensflucht. Machen wir jetzt mal runter hier. So. Wow. Ihre Zustimmungsrate ist enttäuscht. Schenken wir den Umfragen. Glauben, erhalten Sie nur 8% der Stimmen? Ja, gut. Wirtschaftsbezise der Weltmarkt ist stabil. Okay. Und wir haben ein Haushaltsdefizit von 16 Billionen. Soll das Billionen oder Milliarden? Keine Ahnung. Jetzt müssen wir irgendwie also die Steuern... Also müssen wir irgendwie Geld reinkriegen auf jeden Fall. Die Körperschaftssteuer, die hat die Unternehmensflucht angekurbelt. Und man kann auch hier irgendwo sehen, wo... Man kann irgendwo die Finanzen sehen. Da. Da sind die Finanzen. Das meiste kommt gerade von der Einkommenssteuer. Da ist aber jetzt auch nichts wirklich mit Unternehmensflucht und so weiter. Dann würde ich sagen, klicken wir mal auf Play. Ich habe jetzt einfach nochmal mich darum gekümmert, dass wir ein bisschen mehr Geld reinkriegen. Die Kriminalität geht runter. Das BEP hoch. Wir kriegen nur 6% der Stimmen. Vor allem bin ich Bundeskanzler und mich wollen nur 6% wiederwählen. Da ist ja irgendwas falsch gelaufen, ne? Aber wir haben jetzt das Defizit auf jeden Fall krass gesenkt. Wir haben aber echt... Also diese roten Bläschen, die ihr hier vielleicht alle seht, ne? Das sind alles gerade Problemzungen von Deutschland. Und sobald... Und die blauen Sachen, die sind quasi ganz in Ordnung. Oh, die sind gut. Blau ist immer ganz gut. Aber rot ist nicht gut. Deswegen... Ich glaube, wir müssen mal die Polizei stärken. Das müssen wir jetzt leider ein bisschen höhere Ausgaben in Kauf nehmen. Dafür erhöhen wir die Tabaksteuer. Oh, jetzt hat sie aber echt viel getan. Die Arbeitslosigkeit geht runter. Die Kriminalität geht runter. Die Gesundheit geht hoch, obwohl ich dafür gar nichts getan habe. Dafür geht die Umweltverschmutzung... Ist die Umweltverschmutzung für einen Arsch? Airline-Steuer. Ja, geil. Ja, machen wir. Airline-Steuer. Wie viel nehmen wir dann dadurch ein? Tourismus geht runter. Flugverkehr geht runter. Ja, Flugverkehr ist gut, wenn der runtergeht. Von daher, bam. Haltet euer scheiß Maul. Wir werden jetzt von internationalen Kreditbüros haben die Kreditwürdigkeit ihrer Regierung erhöht. Ihre aktuelle Bonität beträgt AAA. AAA, Anna. BEP geht hoch. Kapitalist konjunkturiert. Ja, gut. Finde ich gut. Also, das wird mir mit der Zeit noch richtig auf den Sack gehen. Ich sag's euch. Massenurteil. Hunderte von Strafgefangenen wurden gestern in einem einzigen Verhör verurteilt. Diesmal, das blablabla. Ja, scheiß drauf. Ich hab da keine... Ich hab jetzt einen Überschuss. Das ist gut. Ich muss was für die Umwelt tun. Kfz-Nutzung. Kfz-Steuer. Kann ich grad nicht machen. Ich hab jetzt schon wieder keine Punkte mehr. Ich hab fünf fucking Punkte, Digga. Dann kriegen wir jetzt die Busse noch auf Zuschüsse, würde ich sagen, oder? Ich kann nicht so viel machen in jedem Quartal. Die Gesund... Oha. Ich konnte jetzt in einem Quartal die Gesundheit so krass sinken. Das BEP ist auch warum auch immer gesunken. Die Kriminalität sinkt aber auch fleißig. Junge, vier Prozent der Stimmen, Alter. Was geht denn bei euch ab? Wir müssen die Gesundheit wieder hochtreiben. Und was ich jetzt unbedingt mal machen muss, ist, dass ich irgendwie das... Ja. Die Umwelt ist echt im Arsch. Äh. Es tut mir leid. Langsames Ein- und Ausatmen könnte helfen. Sag, öffne die Achtsamkeit-App, um geführtes Atmen auszuprobieren. Der. Meine Siri ist einfach gerade angegangen. Und weil sie so scheiße... So kann ich nicht arbeiten! Also, ihr müsst verstehen, es wird nicht jetzt... Es gibt jetzt hier keine Änderung aufgrund der aktuellen verabschiedeten Gesetze, die ich jetzt gemacht habe. Sondern es dauert immer so eine bestimmte Zeit. Also, für ein Gesetz dauert es ein Quartal, bis es verabschiedet ist. Bei manchen Gesetzen dauert es vier Quartale und so weiter. Deswegen ist das jetzt wahrscheinlich noch nicht die Änderung des aktuellen Gesetzes. Da muss man immer ein bisschen abwarten. Weil die Kriminalität geht ja auch die ganze Zeit runter, obwohl ich nichts mache. Junge, ich stelle mich gegen euch! Ihr Wichser! Medienmonopol, ja scheiß drauf. Da, jetzt seht ihr es nämlich, jetzt ist die Gesundheit krass nach oben gegangen. Die Kriminalität geht runter, das BEP geht hoch. Hier steht, hier seht ihr es, Einführung und dann hier ein Quartal zum Beispiel. Eigentlich ist es ja so, dass die erste Reihe oben immer am besten ganz voll sein muss und die untere immer ganz leer sein muss. Der Verkehrsstillstand ist vorüber und die Durchschnittsgeschwindigkeiten sind wieder schneller als Schneckentempo. Alle, die pendeln und Autofahrern werden sehr erleichtert sein. Außerdem haben die Menschen wieder einen Grund, den Führerschein zu machen. Und steuern! Oha, 28% wollen mich wählen. Okay, jetzt steigt es. Ich mache mich so langsam beliebt. Okay, das wusste ich nicht. Warum sagt mir das keiner? Dass einmal die Justizvollzugsanstalten voll sind. Jetzt ist schon wieder die Obe! Ich habe doch gerade eine Vielfliegerstelle... Äh, für den Ausbau der größten Flügelkommission sind dann Pläne ablehnen. Ganz einfach. 48%, das wird immer besser. 40 Punkte brauche ich? Was? Ja gut, habe ich nicht. Kreifzeiten runter, Arbeitslosigkeit runter, Flugverkehr runter, Pendler hoch, Produktivität. Das ist gut. Hier, Frau verursacht Skandal. Halt die Fresse, du Arsch! Es wurde berichtet, dass ihre Ehefrau mit einem Privatschat zum Shoppen ins Ausland gefahren ist, da sie die Führungskraft der Regierung sind, wird diese offensichtliche Macht missbraucht bei der Wählerschaft nicht, sondern nicht gut angenommen. Du Fotze! Mann, das war mein Überschuss, okay. 58% bei der Wahl. Äh, Waffnung der Polizei. Ja, hoch alle! Jetzt, soweit ich weiß, müsste jetzt die Wahl kommen. Ja, oder auch nicht. Ich glaube, wir können einfach mal zur Wahl springen und auf gut Glück mal hoffen, dass wir wiedergewählt werden. Da sind wir. Die Simulanten, die Vereinigten Moderaten, Einheit Absolut und Nichtwähler. Let's go! Die Simulanten, die Simulanten, die Simulanten gewinnen. die wiederwahl 48,6 prozent ich bin einfach der beste der gesetz für totschlag im unternehmens es wird ein genaues gesetz hä das ergibt ja gar keinen sinn dass es gibt zweimal kriminalität das eine geht hoch das andere geht runter ja perfekt ich glaube das mache ich als nächstes weil da geht die arbeitslosigkeit und die kfz-nutzung runter der flugverkehr runter pendler wegen mehr und sowas ist glaube ich echt gut also für die schnellfahrstrecken das ist sowieso in einem unterentwickelten land wie deutschland wo ein ICE drei stunden verspätung hat ist das glaube ich keine schlechte idee üblichen seisonalen niederschläge sind ausgeblieben und das land hat halt die fresse ernten sind eingegangen die wasserspiegel fallen und die zucht und wildtierbestände gehen zurück mit einer ich hab doch ich hab doch wasser gefühlt also nee das ist jetzt nicht wahr einer der hauptsächlich ihrer partei besteht darauf dass sie einen politischen heizkostenzuschuss einführen wenn sie das ablehnen wird der finanziell oh was ist das denn junge die will mich einfach erpressen die fotze die schulden gehen gerade die atemwegs erkrankungen sind endlich weg nice aber vielleicht merkt ihr schon die roten blasen die werden immer weniger umfragewert von 71 prozent wir haben ein überschuss dieselskandal kann da wurde aufgedeckt der zeigt dass viele der größten und angesehensten fahrzeuggesteller unseres landes unverhohlen über die emissionen ihrer dieselfahrzeuge gelogen haben das kommt mir irgendwie bekannt vor keine ahnung woher ein vorsätzlicher und sehr profitabler plan um die offiziellen tests zu umgehen wie soll die polizei in diesem fall mit großer öffentlicher anteilnahme vorgehen wichtigkeit dass falls herunterspielern firmenführung wenn möglich festnehmen das zweite aller festnehmen die wichser ganz ehrlich so nicht also dafür kann ich ja mal so gut wie gar nichts aber ich will keinen geben dass eine affäre mit ihnen zu haben und dass die schweigegeld gezahlt haben warum sagt dies dann am schlimmsten ist dabei die tatsache dass das schweiggeld wohl mit fallkampf geldern gezahlt dass eine strafzahlen die menschen ist ihre regierung gleich hallo ich bin ja wohl der beste kanzler aller zeiten digga was soll das denn ich denke mal ich habe einen ganz guten job bisher gemacht als kanzler wenn es auch so sieht dann lasst er gerne mal ein daumen nach oben da bis dahin